Zitat 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 Ok Jetzt ist es alles dunkel So, Leute, wie es dann weitergeht? Ja, ich bin wieder da. Mit Ihnen folgt eine Katastrophe der nächsten. Ich wusste, mit euch Spicksal könnt ihr mich niemals abvertrauen. Mit meinen feinen Spürsinn erfassen wir niemanden in der näheren Angierung. Gott sei Dank. Dann kann ich euch wenigstens verprügeln. Was? Er ist wirklich hiermit da, Alter. Was ist denn die Scheiße? Vielleicht wurden alle durch den Aufprall umgebracht. Und die daraus entstehende Explosionen vertrieben. Wer sollst du, wenn ihr auch alle Biene tot seid? Laut Met Utterhala liegt irgendwann ein Zeitstrudel erschienen. Ich glaube, es wäre ratsam, diesen Zeitstrudel zu finden und euch dann für immer zu vergessen. Und für eine Weile in unsere Zeit zurückzukehren. Okay, Leute, wir speichern ihn nochmal kurz ab. So, also, bis dann. So, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play, ähm, ja. Let's Play Mario und Luigi Adventure and Time, oder wie das auf Englisch heißt. So, also, jetzt, um einen Blick mal. So, gut. Bei dieser Abfresse reist ein einfacher Sprung aus. Die ist jetzt vielleicht nicht viel ab, aber okay. Hauen wir mal Mrs. Cumba auf die Schnauze. Na also. Und wir haben drei Erfahrungspunkte. Das war beinahe schiefgelaufen, aber... Off the face! Off the face! Das war beinahe schiefgelaufen. Tschüss Herr Cumba! Und nochmal! Yay! War das schon mal echt witzig? Einmal Pupilz, also einen ab. Und der Panzer. Tja, so genau drauf springen wie bei den Anfängermonstern ist es nicht mehr. So, einmal B. Einmal A. Gumbastische Prügel. Gumbastische Prügel. Gumbastische Prügel. Gumbastische Prügel. Gumbastische Prügel. Haltese Prügel. B. Plastische Prügel. Wo bin ich hier nicht gerechnet? Naja, das kommt etwas später als die anderen. Ziehen wir jetzt mal jeden paar KP's ab. Und der lässt sich sogar auftreffen, wenn man ein bisschen warten tut. Dann wisst ihr wieviel KP er wirklich hat, Alter. Okay, ich habe es nicht nachgezählt, aber jetzt soll es eigentlich auch egal sein. Okay. Off the face. Off the face. Und nochmal. So, drücken wir mal die A-Taste und tschüss. Oh, das ist schön geworden. So, mag ich Start. Warte mal. Ja. Wir müssen uns ja nochmal, wenn wir wieder ein Schlossriff, paar Items kaufen. Vorher nehme ich den Dings zurückkehren. Der Gumpa ist schon mal down. Komm her, Kopf. So. Uhu, Feuer trafen. Yay. Ich bin Gumpa ebenfalls. Yay. Er will nur Mario Kain, aber okay. Er will nur Mario Kain, aber okay. So. So. Ihr hattet Mario? Und warum auch immer Mario hasst, das kann ich nicht beantworten. So. 40X2 ist auch immer gut. Wir stellen mal ganz kurz einen Speicherpunkt. Okay... Ah, die Hörer auf der Fall ist schlimmer Scheiße hier. Erst recht durch das Spiel nochmal kennenzulernen. Obwohl Luigi sich eigentlich genauso hindreht wie Super Mario. Wir stellen auch mal hier in der Safe Stage. Ich habe jetzt keinen Bock den ganzen Tapat da lang zu balancieren. Deshalb mache ich jetzt auch ein Safe State, weil das kostet so viel Zeit. Das wollen wir ja auch nicht. So... Stehen wir nochmal einen Speicherpunkt? Ne, gut. Okay... Was ist jetzt passiert? Oh... Hey, was soll der Dreck? Keine Ahnung... Warum? Ach du Scheiße... Babys! Nicht schon wieder! Luigi, ja, tschüss! Ja, willst du den runterkriegen oder was? Was? Haha, okay... Ich steig mit meiner Anerkenntnis. Dass ihr Idioten schon soweit... Soweit ihr gekommen seid. Ich bin selbstverständlich gut gepalstert. Baby Luigi würde sich beim Anblick mal luxuösens für sicherer fühlen. Ich wundere, dass ihr Pino ab etwas Luxuöses mithabt. Okay... Okay... Hehehe... Auch immer noch Schiss! Hahaha... Hm... Gut, wir haben die Babys erfunden und nun weiter entteilt. Zurück zum Abenteuer, wie immer! Gut... Okay... Hey, ihr müsst mitkommen! Babys? Okay... Ihr sollt euch da gerade mitnehmen! Erlauben Sie mir eine kurze Entschuldigung! Ihr Neustrecker, er sieht, dass die... Weinen weinen wie die kleinen Kinder, Alter! Ich war in Eile, ich vergaß zu erwähnen, wie man sich als Gruppe... von vier Personen bewegt. Können ihr? Welch eine Situation machen wir? Was soll wir tun? Keine Ahnung... Ja, das war gut! Jetzt bin ich dran! Hallo Baby, was geht? Hehehe... Gut, das habe ich für alles erklärt! Ja, die sind nicht hilflos! Ich schlage vor! Sie vernennen ihre Kräfte und machen weiter! Ja, wenn's denn... Okay... Okay, warten Sie einen Moment! Es ist ja wichtig, dass Sie sich als Vierergruppe zu bewegen! Habt ihr nicht zu gehört, oder was? Sehen Sie sich im oberen Rischen Teil des Bildschirms an! Sehen Sie, dass Sie in Sol... Können Sie Mario und Luigi bewegen? Probieren Sie es ruhig aus, aber... Ja... Ja... Ich bin so ein Matsch, ich sehe sie das nicht vor... Hallo? Ja... Okay... Ähm... Es ist völlig komisch hier... Nude... Ja, ja, gerade dann... Es geht gern seit... Ja, das ist mir dieses Tutorial Scheiß hier, was eigentlich gar keinen interessiert! Nude! Ja, hier seitdem ich weiterkommen und... Ja... Wenn jemand die Uhr sagt, oh.